Okay Leute, heute Abend wird es noch einen Livestream geben. Beziehungsweise ich mach den von gestern einfach nochmal neu. Ich hatte sehr wenig Zuschauer, aber das ist nicht der Grund. Ich habe gemerkt, dass das Videofenster, das ich benutzt habe für Devil May Cry 3, das gespielt wird. Ich hab gemerkt, dass das Spelfenster ein wenig verrutscht war zu dem, was der Stream rüberbringen sollte. Und deshalb wird der Stream neu gemacht. Vor allen Dingen, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen und ich hab gestern sowas schon abgefehlt für Zerbaus. Aber ich glaube, es lag auch daran, was ich gewählt habe für den neuen Spielstand. Und von daher, halb so wild, heute wird der Stream nochmal neu gemacht. Um dieselbe Uhrzeit wie gestern Abend, 9 Uhr, also 21 Uhr abends. Ich hoffe, es kommen ein paar Leute mehr. Ich werde den Chat immer neben dem Video haben. Aber der Chat wird jetzt nicht unbedingt im Stream-Video auftauchen, weshalb das Ganze so locker und das nicht abläuft. Also, bis heute Abend.